Herzlich Willkommen zu den Freunden der gepflegten Lego-Unterhaltung, Tobias sitzt immer noch mit mir beim Mammutprojekt Millennium Falcon Edition 2007, überall ausverkauft. Wer weiß, ob 2007 die Ohren her. Tütchen Nummer 4 ist da ran. Mal gucken, wo. Tobias weiß wo. Spoiler. Vielleicht. Ich vermute hier. Dann wird er schon vermutet. Weil ein Tüt das ja nicht zufällig gewonnen hat. Das ist 15. 16. Also falls wir zwischendurch kommen, laufen irgendwie, dann ist das unser Essen. Dieses Mal geht es nicht, dass wir erstmal die Tüten bauen und dann essen. Ja, wobei zwei Stunden hier hätten wir noch machen können. Ach du Scheiße. Das sieht nach viel aus. Das war ja erstmal alle mit vier. Wir können es ja mal ein bisschen systematischer versuchen. Wenn wir sagen, wir packen die Tütchen jeweils auf einen Raufen. Ja, weil wir sind ja trotzdem gemischt. Ja, aber verstehst du, diese Sachen sind alle in einem Tüten drin. So was. Nur so ein bisschen. Muss ja nicht. Nur ganz grob. Das hält klingt. Ja. Normalerweise bauen wir erst alles auf und machen dann... Essen ist Pause. Essen ist Pause. Aber heute... Warum machen wir es wohl jetzt? Dann haben wir gerade ein Viertel. Das kommt noch mit der Seitenzahlung. 116 von 416. Ja, das kommt noch rein. So. Dann haben wir es thematisch schon ein bisschen geordnet. So, die Puppen habe ich hier drin, das sehe ich jetzt schon. So, das kam auch schon an der Seite. Ja, die können... Ach, bei der Seite? Weil... Dann kannst du Platten. Warum haben wir jetzt hier zwei Mal stehen? Ja, weil die von außerhalb kommen eigentlich, diese Platten. Da hinten? Nein, eben nicht. Doch, Koppelplatten. Das könnten die sogar sein. Weil die werden... Also, da seht ihr immer Fotos, die dazukommen. Ach so. Genau. Das kenne ich halt von... Das kennen wir eigentlich auch vom Hauptkovert hier schon, oder? Ist das da auch so? Ja. Hatte ich jetzt nicht angeschaut. Warte, da ist noch ein Kopf. Ist wahrscheinlich Lea, vermutlich immer. Lea und Hans Holo. Ist jetzt dran. Dranne. Hier sind die Haare. Ja, mir fehlen die Beidchen von Hanni. So, ich kann ja schon mal hier die Treppe bauen. Ja, das ist doch ein Ding. Wir hätten uns auch was Essen holen können, aber ganz ehrlich, es hat geschnallen, da habe ich keinen Bock raus. Lass das Essen mal kommen. Ja, man muss auch mal was gönnen. Aber ich weiß nicht, wer schlicht Schnee geschippt hat vorhin. Kann ich nicht ausmachen. Kann ich nicht sagen. Wir machen das jetzt vorweihnachtlich sozusagen. Heute ist Weihnachten. Ja, wobei die Episode... Die wird auch nach Weihnachten laufen. Episode 4 kommt erst nach Weihnachten. Frohes neues Jahr. Ja, kann man so sagen. Hallo 2018, nicht? Genau, richtig. So ist es. That's it. Jo, ich finde die Füße da nicht. Ich finde auch was nicht. Aber alles gut. Was findest du denn nicht? Fängt schon wieder an, dass man sucht. Aber ich hab... Das sieht gar nicht so schlimm aus. Ne, sieht nicht so schlimm aus. Wirklich nicht. Aber... Der Schein trügt. Wir wissen das. Ja. Kannst du das zweimal? Ich weiß gar nicht. Achso, diese D. Da ist eins. Da ist zwei. Prima! Ah nein! Schau mal, wo die Leiter dran kommt. Ja. Ich suche mal. Weil das ist immer lokales Problem hier. Da. Das ist wirklich eine andere. Das ist manchmal absolut nicht auszumachen. Das kommt an den... Ah, hier dran. An den Greifhaken. Dafür sind die. Also wir haben uns schon ein paar Mal einen abgewogen. Soviel sei gesagt. Ihr könnt gerne in die Playlist gucken, wie wir öfter was ab- und wieder anbauen. Ja, das war das extrem. Weil man weiß nicht, ja kommt das jetzt nach rechts, nach links oder einen dazwischen oder sonst was. So, die kommen... Da. Ich muss jetzt mal gucken. Ist okay. Ein bisschen Zeit lasse ich hier. Ich hab immer Angst, dass die Kassetten nie laufen, ey. Ja, ich auch. Deswegen guck ich jetzt über dreimal hin, weißt du. Aber so eine Zeit oben hoch läuft und die andere runter läuft, das stimmt fast. Yes, es wird gebaut. So, ich fang schon mal wieder andere Seite an, wie immer. Let's build Lego. Let's build. Let's go. Ghostbusters. Let's go. Let's go. Das war meine Serie damals. Hm. Ja, das Hauptquartier könnt ihr ja auch beim Aufbau zugucken. Ja, am besten alles gleichzeitig laufen lassen. Dual gucken, genau. Dual bauen. Das sieht echt nicht so schlimm aus. Das sah es bisher nie. Aber ich glaube, wir machen das halt immer Stress, weil wir dann gehen auf Scheiße. Das war's falsch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dabei ist es gar nicht so schlimm. Wir machen uns das mal schlimm. Das ist unser Job. Wir machen es uns schlimm. Dreimal. Das ist schon einmal. Ich bin gerade hier zugange. Wasser. Ich hab da gerade angefangen. Gut. Gut, dass wir schon mal reden. Soviel zum Thema Stress machen. Ich bin ganz lieb. Ganz lieb. Ich brauche erstmal nur so einen kurzen. Kannst du mir nicht? Das sagen auch meine Arbeitskollegen. Mach nie Stress. Mach nie Stress. Ich mach nie Stress. Ich muss. Nur mein Wort, das echte Wort, was ich seitdem echt öfter benutze, eskalieren. Eskalieren, eskalieren, eskalieren. Eskalieren, dass es immer weggen Zusammenhang. Ja, es gibt halt Prozesse, die noch nicht so laufen, wie sie so laufen sollen. Und eskalier ich halt. Aha. Warum? Ja, damit die laufen, wie sie laufen sollen. Ja. Machst du also doch Stress? Ein bisschen. Nein? Du wirst aber gleich nicht mehr hören. Ja, ich wollte gerade angucken. So. Dann gebe ich dir... Oh! Das will ich dir stecken. Ich gebe dir das einfach rüber, dann kannst du da hinten weitermachen. Genau. Kann ich auch stecken. Ich sollte mal ranzoomen. Die haben das jetzt nicht gesehen. Ne. Wir müssen alles normal machen. Sechs Minuten, fünf Minuten. Naja. Alles gut. Das kennen die ja. Sonst wäre das ab und zu mal verschlafen. Ich meinst du? Hier. Ich hätte ja auch sagen können. Hast du aber nicht. Stimmt. Also wir. Böser Junge. Zwei Bauer, zwei Verantwortung. Zwei Bauer, ein Esel. Der Esel ist schloch. Der ist schon gegangen. Der hat das halt gesehen und ist wieder rückwärts rausgegangen. Ja. Nein, das nicht. Mach ich nie mit. Nur den Karton hat er gesehen und dachte sich... Leck mich. So. Einmal rumdrehen. Ja. Jetzt sehen wir erst, ob alles richtig ist. Ja, wenn du den Würfel rumdrehst passt das auch. Der ist... Ja, es ist noch. Ja, es ist noch. Hast du denn? Alles gut. Komm jetzt nicht drauf. Ich komm nicht mehr näher. Alles gut. Ich bin jetzt in meinem eigenen Bett. Es ist soweit. Alice ist im Wunderland. Es ist jetzt soweit. Tobi ist verrückt. Das ist falsch rum. Wo ist das richtig? Ich brauche das. Und das. Du hast hier auch noch Sachen liegen, ne? Ja, aber ist ja auch nicht. Kannst du mal helfen. Was sagst du denn genau? Ja, das genau andersrum. Ja, jetzt hab ich. Ja, es hat doch funktioniert. Es ist schön, dass ich helfen konnte. Hm. Jetzt so. Ach, dafür waren die Ärmchen hier vorne. Für die Leila. Welche Leila? Ja, ja. Sagst du es zu? So, jetzt kommt das so. Ne. Hä? Irgendwas. Das ist richtig. Das ist richtig. Immer so. Das hält doch nicht. Das auch. Du musst einen freilassen. Einen freilassen. Dann hält das auch. Eins links, eins rechts, eins freilassen. Genau. Eins für mich, eins für dich. So, jetzt war's. Schwarz, schwarz, schwarz. Black is beautiful. You are beautiful. Schwarz. Schwarz, 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 schwarz. Das ist, das ist, das ist. Du hast verlautig fast vergessen. Was denn? Diese Deckel hier. Gut aufgefasst. Ich warte die ganze Zeit nur auf dieser Decke. Alter, das hab ich. Zweimal oder dreimal? Nee, ist okay. So, dann gib mir her. Ja, wohl viermal das hier. Ah! Mach keiner dran, da gerade. Ran da, nee. Uh! Genau. Da war dann noch einer, genau. Warte ich eigentlich bei der letzten Folge aufgehört zu erzählen. Aber ist ja egal. Ich erzähle einfach. Du warst irgendwie bei einer Episode. Eins bis drei, genau. Ich glaube in der letzten Folge hast du nicht mehr so viel gesehen. Da kamen so andere Sachen. Alles gut. Die kennen das ja von uns. Das war Abschweifen. Wir sind abgeschwurfen. Ist auch gut so. Ist ja doch nicht langweilig. Da muss ich bei der Set halt konzentrieren. Das bleibt nicht aus. Ich mach irgendwie Mist gerade. Ja. Von wegen Konzentration, ne? Schon hast du mich abgelenkt. Weißt du? Schon hast du mich abgelenkt. Treffer versenkt. Das gibt doch mehr Sinn. Das gibt deutlich mehr Sinn. So drei Mal habe ich schon gebaut. Einmal fehlt noch. Jetzt habe ich schon wieder diese alten Fliesen. Tja. Verstehst du jetzt was ich meine? Jetzt hast du nämlich alle Fliesen auf einer Ecke liegen und nicht alles durcheinander. Das ist glaube ich ziemlich sinnvoll. Ach Quatsch. Das meinst du nur. Ne, ich meine das nicht nur. Ich glaube da ist was dran. Ich suche meine Steine deutlich entspannter als vorhin. Weil die zusammengehören irgendwie alle in einer Ecke liegen. Spaß und finde den Stein nicht. Fuck. Ja, da sind auch wenig Steine. Ja, genau. Es sind genauso viele wie gerade auch. Nein, gar nicht. Von wegen. Und halt 20 weniger. 25. Ich habe gezählt. Ja. Musstest du das an der Decke 10.856 Punkte denn? Hast du sie gezählt? Nein, geschätzt. Das kommt dann. So, wie weit bist du? Ich habe meine Teile. Muss ich nur noch draufstecken. Ist deine Pflicht schon erfüllt? Ich noch nicht ganz. Ich bin noch dabei. Ja, du hast auch ein paar Pflichtteile mehr. Oh, ein bisschen. Ein bisschen. Und ich habe halt nicht sechsmal dasselbe. Ich habe immer was anderes. Ja, sehe ich gerade. Ich versuche dir zu helfen. Ein bisschen. Aber. Zweimal mit Kipper. Wo sind sie? Da ist eins. eins. Und der zweite. Und der zweite. Und der zweite. Da ist weniger hier. Hm. So toll ist ja weniger, sagt Thorsten. Ja, es ist, finde ich, gefühlt ist es so. Zumindest bis jetzt. Ja, das Ganze nochmal. Prima. Das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, so bin ich. Ne, das ist nicht korrekt, was du da machst. Wenn du es schon falsch machst, dann bitte richtig. Ja. Ich habe die dazwischen nicht gesehen. Mhm. Ja. Dass da ein grauer mit grauer Platte drauf muss. Ja, jetzt aber. Und noch einen. Die graue Platte habe ich, nur die flache noch nicht. Die hast du aber. Dankeschön. Bitte sehr. Immer wieder gern. So. Ah. Ja, so. Geht alles wieder auseinander. Ja. Jetzt schon. Für die Zobitäck. Ich habe da was vorbereitet. Ja, genau. Wollen wir noch hier drauf steckern. Dann werden das eben auch so Gangtunnel. Ja, das ist einfach so los. Das ist nicht so merkwürdig, aber okay. Haben wir schon mal. Hatten wir schon mal. Kannst du jetzt das Haus haben wir es auch schon. Ist einfach so reingelegt, das bleibt dann so. Genau. Kleben. Ja, kleben. Ähm, dann. So einer ja. Ja, Nummer drei muss da hin, ne? Sieben. Sieben. Okay. Du meinst doch das, was sie auf dem weißen Papier steht. Ja, genau. Das ist eine sieben. Entschuldigung. Wenn ich jetzt nicht ganz dunne bin, ist das eine sieben. Ja, ich hab ja jetzt die sieben. Ich hab Han Solo's Schose gemacht. So nebenbei. Sieben ist geglebt. Danke. Auch richtig rum. Mhm, nach Hause. Ha. Noch, noch, noch. Knarzt. Aha. Die sind nicht geglebt. Die sind nicht geglebt. Die sind aber schon so. Aber wo sind die? Was weißt du da? Die da. Aber die Konsolen finde ich nicht. Ja. Dann ist ja noch alles geklappt. Klar. Ja. Dann ist die zweite auch da. Da steht auf einmal so viel Zeug rum. Das hab ich noch gar nicht gebaut. Wie Zeug rum. Ich wundere mich, warum der Raum immer voller wird, aber ich hab da noch nichts stehen. Ach, vier Stück sind das Nicht nur drei Hast du die zweite Konsole auch? Nee, noch nicht Okay Hab ich noch nicht gefunden, aber jetzt seh ich schon wieder Da ist er Ach, die brauche ich gar nicht nochmal Hallo? Gucke Nee, ich hab nicht gesehen, dass du den fertig gemacht hast So, da ist die zweite Konsole Ach, da fehlt jetzt noch die Haube da drauf Ja, zack Dann fang ich schon mal hier an Dann bist du ja gleich fertig Ja, genau, Tüte 5 Ha Tüte 5, sagt er Optimismus, hallo Optimismus, puh Lass ich vor lauter schreckt schon die Sachen fallen Zu viel Optimismus, Katrack, der Mensch nicht Die sind auch neu, die gibt es auch erst seitdem es hat Hast du aber noch einen liegen, ne? Ich brauche auch eine Achso Du wirst es ja nicht Ich schaust nur Kannst auch gerne helfen Ich weiß nicht was du machst Du kannst ja Du kannst ja je davon einbauen Einen Oder zwei Oder zwei Ich komm mal rum Eine Hand wäscht die andere Hm Ist das verschiedene Farben? Na ja Na ja Sinds Darf ich denn die auseinander halten? Hä? Einmal Silber und einmal Grau Genau Also so So glänzend Und einmal Glatt Matt Verstehst du? Ja, den Silber habe ich Und das ist dunkler Nö, das ist derselbe Okay Das ist derselbe Ja, okay, okay, okay Oder der gleiche Sind auch die gleichen Hier steht viermal Also zwei Sind die gleichen Sind nur optisch Irgendwie strange Dann, ne Optisch nicht so toll Ja Noch ein Verbesserungspunkt Auf unserer Liste Ja Genau Demnächst schreiben wir noch Rezensionen darüber Och, kann man den Block ruhig unterbringen Hast du schon zweimal? Ach nein Den zweiten kriege ich so hin Ohohohoho Mutig Oh kuss, wohin Du wolltest doch eine Anleitung Oh, echt? Ich baue doch so auf Ich baue doch so dann Schiff auf Genau Ohne Anleitung Das ist ja kein Thema. Du weißt auf wem, total steil, wo es hinkommt. Genau. So, woher kriegst du wirklich hin? Genau. Ohne Anleitung und jedes Tütchen auch. Ah, das ist so voll ausbauen. Genau. Das ist dann. Das ist dann. Weltklasse. Absolutely impossible. Nee, falsch. Ähm, ja, da. Hm, hm, hm. Das ist so neu. Ausgestimmt, Leute, die können das. Ja, sicher. Falls ihr da was Quieken hört, das könnte der Hund sein. Genau, richtig. Wir müssen die Tür einmal offen lassen, weil wir sonst den Pizzabogen näher. Ja, genau. Cool. Das sind so dann die Tore. Ach so, wie so Schleusen. Schleusen. Richtig geil. Das ist nett. Das ist cool. Cooles Gimmick. Cool, cool, cool. Und die kommen dann hier hin. Irgendwie. Ja, so hin. Richtig schön. Dann bledern sie mal um. Ja. Bitteschön. Ich brauch wieder die Seite. Oh, her, oh, her. Na gut, dann gehen wir mal gucken hier. Gehen wir mal spitzig. Das klingt, klang fast wie Udo. Ich kenne keinen Udo. Mama, jo. Mama, fit, du machst jeden Blödsinn mit. Mama, fri, Mama, frei. Jutze, 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 Jutze. Genau. Aber das kommt, ähm... Das ist wieder die Frage, woher das hinkommt. Aber da fehlt noch was. Die Konsole. Jetzt kommt mir gar nicht mehr klar. Ähm, das kommt... Und... Ach, da... Da musst du auch noch was bauen, ne? Hast du das gesagt? Nö. Hab ich nie. Ich wundere mich schon. Da fehlt doch noch. Da fehlt doch was. Da hat er was vergessen. Bitteschön. Danke. Bitte, bitte, bitte. Und zwei Platten. Einer. Das ist die zweite. Die ist in der Regel da, wo die erste auch lag. In der Ecke. Da. Siehst du? Deswegen sag ich ja, die Türchen auf meinem Raum ist nicht weg. Ja, okay. Aber du hast die Logik noch nicht ganz gewischt. Ich bin halt der Sucher. Ja, du bist der Schnatz. Genau. So, vier frei. Dann kommt... Das hier. Und dann zwei. Zwei. Und dann das hier. Nee, da muss ich noch dran, bitte. Warum? Warum? Brauchst du nicht. Was soll das denn sein? Button. Jetzt fehlt mir erstmal ein grauer Einer. Grauer Einer? Nee, nee. So einer hier. Wollen wir noch einen finden? Na ja, der hat einen Haken. Nee, der ist ohne Haken. Wollte ich gerade sagen, hat der einen Haken? Nope. Zwei ohne Haken. Zwei mal ohne Haken. Zwei mal ohne Haken ist. Tja. Jetzt komme ich schnell rein. Doch, da. Ja, ja. So, ist es auf. Das läuft schon. Ah, da sind diese komischen Dinge. So, die Platte. Da ist die Platte. Da kommt auch ein Kleber drauf. Nummer 8. Jetzt muss ich vorsichtig kleben. Einmal auf dem Gubb. Weil das Kreis rund ist. Ja, so was immer hieß, die Mitte zu treffen. Ja, habe ich schon nicht, aber ist okay. Lecker zu. Das Schiff ist schief und grob. Vermindert den Wert des Schiffs um ein paar Euro. Um ein paar viele. Ja, die kommt ja immer mehr und mehr zur Wertanlage. Ja, das haben sie bei Galileo sogar mal gesagt. Also Leute gibt, die kaufen, keine Ahnung, für solchen Sets, zehn Stück oder sowas. Und dann irgendwann, wobei man weiß halt nicht, wie es in 20 Jahren aussieht, wenn man das Geld dann braucht, ne? Richtig. Das ist immer das Problem bei solchen Sachen. Richtig. Es gibt halt nichts, und das finde ich ein bisschen komisch, was seinen Wert nicht verliert. Oder was im Wert stabil ist, sagen wir mal so. Nee, gar nicht. Müsste man etwas erfinden, was im Wert stabil bleibt. Muss ich das genau loswerden? Nein. Aber warum... Hä? Ja, was? Habe ich diese Bitcoins im Moment, ne? Hm, genau. Aber die schwanken so sehr im Wert, dann machst du gar nichts. Aber ich habe doch erst richtig gemacht. Das, dann das, und dann soll ich halt noch was rausgucken. Aber guck nichts raus. Ich guck nichts raus. Tja. Scheiße. Entschuldigung. Ach, kann man doch mal sagen. Krieg das nicht mehr ab. Nein. Na. Oh. Was soll ich machen? Ja, 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 ja. Das brutalste Aufbauen ever. Oh Gott. Ja. Soll ich Aufständnis holen? Das wäre nett. Muss ich einmal durch die Kamera laufen und durchs Licht... Das ganze Setup. Das ganze Setup. Kaputt. Peace, peace, peace. Das ging jetzt halt nicht anders. Special Stein. Bitte schon. Ja, der ist auch neu. Aber die Farbe ist cool. So. Kannst... Siehst du ja... Ach, erst... Ich habe es genau anders gesehen. Genau, verkehrt rum. Dann geht es auch. Aber... Hä? Das ist... Das? So runter dann. Aber warum? Äh? Ja, aber... Äh? Guck, tu mal bitte. Okay, lass mich mal machen. Das Bild irritiert mich so sehr. Äh, das ist ein falscher Stab. Guck, das ist hier durch und dann... Das sieht schon besser aus. Du hast wahrscheinlich den Pinata gegessen, kann das, ja? Ich war halt irritiert mit den Zeiten, seit... Warum? Weiß doch nicht. War einfach irritiert. Ach so, da kommt noch eine Scheibe drauf. Nein, nein, eben nicht. Ach nee, das ist der Sticker noch. Ja, das hat mich ja auch irritiert. Echt? Genau das hat mich auch irritiert. Du hast nur den... Du hast nur den... Dieses... Wie Sintin oder... Wie soll man sagen? Das hier hast du verkehrt. Ich habe es eben in den Rennen reingemacht, was falsch war. Ja, richtig. Ich meine nicht richtig, sondern ja, war... War richtig falsch. Das kommt, ähm... 4 auf 2. Das macht doch alles gar nichts. Ja, guck. Das drehen kann ich nicht. Soll man. Doch, kann man doch drehen. Kann man drehen. Ich mach das, du machst das. Oh, jaff, jaff, jaff. Voll der Tatendrang. Hä? Hä? Ich wollte das halt nicht sagen. Hä? Dann muss man erstmal wieder draus schlau werden. Nö, so easy. Es ist so easy. Easy. Ach, die sind untereinander oder übereinander? Nee, das ist doch easy. Das ist doch easy. Ja, untereinander. Ähm, na, 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 na. Das ist doch easy. Das ist doch easy, ja. Das ist easy. Easy. Das wäre gerade auch reingefallen. Mein Mann. Ja, das ist glaube ich immer so. Kur war auch live richtig gut. Ach, ist das? Also guckt ihr euch den an. Ah! Pause. Essenspause. Yes, man. Und ich steck das hier nur dran. Wenn Thorsten aufmacht, dann ist das Bild hier auch fertig. Ja, dann würde ich sagen, stoppen würde ich. Mal einen Moment, 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 Moment. Nein, tut mir das einfach. Ich baue noch das eine und dann... Das ist auch noch für die Jahre. Dann geht dann die Anahme mal wieder los. Hallo, Thor. Sind Sie das? Das Pi? Ja. Jo, danke. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Und Thorsten hat da auch wieder was falsch gemacht? Ich hab gar nichts gemacht. Doch, hast du. Falsch. Ich fand was da zu essen oder so, wenn du auch immer gehst. Ja, wir sollten drüber gehen. Wir sollten drüber gehen. Das ist direkt da. Ach, Thorsten. Was denn? Liegt doch gut. Nein, du hast den Denkfehler gehabt. Guck, das war nämlich so. Ja, dann mach es doch anders. Ja, mach ich doch schon. Gut. Aber wo war der hier drin? Die waren zwei nebeneinander. Okay. Okay. Ey. Mann. Geh nicht. Kuck. Kannst du einmal bitte richtig machen? Was habe ich denn falsch gemacht, deiner Meinung nach? Der ist doch... Ja, das muss halt... Guck. Das muss ja so ran. Das heißt... Ja, so richtig. Das ist noch falsch, ja. Hoffen wir es noch. Das muss man selber machen. Das riecht schon so lecker um. Ihr könnt das natürlich nicht riechen, aber... Und irgendwo geht ein Feuerradam. Das ist natürlich nicht cool. Nein, gar nicht. Der geht nämlich nicht von alleine aus. Richtig? Nein. Weil? Weil es ein Feueralarm ist. Jetzt ist er raus. Oh, ist das eklig. Meine Mutter halten das mal drüben. Das Problem ist, was macht man in so einem Fall? Wenn der Nachbar nicht da ist und der Feueralarm geht los. Was machst du dann? Fünf rufen. Ja, und wer bezahlt es dann beim Feueralarm? Das darfst du nämlich. Das darfst du. Das ist eine ganz filmbeschissene Regelung. Also, das habe ich jetzt reingesteckt praktisch. Ja, Tobias hat es korrigiert. Und, ja. Jetzt essen wir. Jetzt essen wir erstmal. Bis gleich. Bis gleich. Prima. Du brauchst gar nicht in die Kamera gucken, die sieht eh keiner. Okay. Gut, Wohlenheit. Also zurück zur Mittagspause. Nach der Mittagspause. Nach der Mittagspause. Sie war kurz und reichhaltig. Ah. Total gut. Ja. Wir haben auch mehr so einen Sport gemacht, damit wir wieder aufbauen können. Genau. Wir haben nur einen Block gelaufen. Brauchst du das obere oder das andere? Ich nehme das obere bitte. Okay. Sprachs und machts falsch, wie immer. Also, mir ist auch gefallen, dass wir ein Feld vergessen haben. Das machen wir jetzt. Eben. Also, immer noch Tütchen fünf. Vier. Vier. Überspringen das nicht, ja? Vierzehn wäre mir lieber. Ja, kommt. Übermorgen. Dieste Woche. Also, mir passiert das dann dauernd, dass ich hier wieder abbaue. Ja. Wo war das? Ach, die Konsole war das. Fertig? Nee, ich finde einen Teil nicht gerade. Nee, war nicht viel. Bei mir eigentlich auch nicht. Wir werden mal dasselbe gemacht, hoffe ich. Aber ich sehe gerade auch nichts, was ich machen muss, weil... Nein, dein Fingern einfach was. Ja, weil ich hier wieder zusammenbauen muss. Was ich kaputt mache, mache ich auch wieder ein, ja. Mir fehlt noch so ein Schreger. So. Ja, so ein... Ich weiß, was du meinst. Mhm. Mit Gitter. Mhm. Den sehe ich jetzt auch nicht. Das ist schon wieder gut los nachher, oder? Wahnsinn. Super. Das finde ich enthusiastisch. Ähm... Wir hätten uns antrinken sollen, dann wäre es leichter geworden. Ach, ich weiß warum. Hat du mir jetzt noch mehr falsch gemacht? Ja. Ja, richtig. Tobi... Tum mir leid, du bist auch. Ja, dann korrigierst du, dann habe ich meinen Bauteil. Okay, das ist sogar mehr falsch. Das ist ein Bauteil. Oh Gott. Ja, naja. Sollen wir nochmal anfangen von vorne? Ja, genau. Einiger Schritt und normal. Here we go again. Weil es das Spaß macht. Ach, da ist mein Teil. Komisch, wo das mal herkommt. So, meins ist dran. Ich muss eben das hier korrigieren. Dann korrigier mal. Also da wäre vielleicht noch ein... Das fehlt noch beim Profi-Werkzeug, dass man das hier rauskriegt. Oder ist das hier dran? Na. Doch, hier. Ach, da kannst du nichts mehr machen. Doch, müsste gehen. Geht aber nicht. Dann kommen wir da. Das geht nur bei... Also, Lego, bitte noch ein Pin. Noch ein Pin. Tobi, es fehlt noch ein Pin. Genau. Tobi braucht ein Pin. Ah, scheiße. Sagst du was? Dann muss ich gleich wieder mal ein Messer nehmen, oder? Bitte mal du. Welcher soll denn raus? Die beiden da, die beiden Pinuppe. Dann muss doch Dami nicht kommen. Musst du mit sowas da dran gehen. Okay. Mit Wobi. So, bitteschön. Das ist doch klar. Du kannst doch nicht mit was dran gehen, was schon dieselbe Größe hat. Ja, ist ja gut. Denk doch mal nach, Mensch. So. Brauchst du noch so einen Pin? Ja, ich guck noch. Ob du noch so einen Pin brauchst? Nee, du brauchst keinen Pin. So. Dann kommt's dran. Brauchst du nicht, ob wir gleich noch haben? Ja gut, wird schon Sinn haben. Ui. So, jetzt... Es wird lustig. Es wird Abend. Jetzt kommt's hier ran. Es wird schon seinen Sinn haben. Großartig. Ja, wird es. Jetzt muss ich natürlich gucken. Das ist an der richtigen Stelle. Wenn ich drehe dir das Schiff wie das brauchst, ne? Und ich lasse es dann gleich. Bitte heb es an. Sonst drehst du gleich die Füßchen ab. Dann fängt das Gewusel von vorne an. Die Figur... So. Und dann kommt das hier hin. Das ist bestimmt wieder von unten dran. Jetzt muss ich das ja auch richtig teilen, dass das... So. Da ist der Tisch, genau. Von unten, sagt er. Versuch mal. Ob das stimmt? Ja, ja. Kann er mal mitkommen. So, machen wir mal ein bisschen raus hier. Ob er sieht, was er macht. Oh, das sieht doch auch anliegen aus. Dranpinnen, gut. Ja, irgendwie sieht das komisch aus. Finde ich nicht. Aber woran pennen, das ist die Frage. Es wird so viele Möglichkeiten nicht geben. Hier ist nichts. Das ist keine Vorrechte, um zu runpinnen. Doch, von innen. Ach, das meinst du? Ja, sehr. Ja, sehr. Ja, sehr. Ja, das ist der Tisch. Sorry, ich gucke lieber noch mal. Ich gucke hier mal hin. Ein bisschen runter. So, mein Herz ist da. Diesmal ist halt ungekehrt. Da muss es von innen machen. Ja, das hat mich irritiert. Genau das. Feste Idee. Und der Röntelstrang wieder. Prima. Ich öffne wieder dran. So. Oh, wie gut das? Sieht sehr schön aus. Mit einer gewissen Skepsis. Nö, gar nicht. Nö. Darf ich leben. Ja. Machst du einmal einen Eingang wieder. Ich kann aber gucken, was da hinten auf uns zukommt. Ja, ordentlich. So. Das muss ja so schön aussehen. So, da kommen zwei flache drauf. So. Zwei. Jetzt muss ich natürlich die richtige an das richtige. So, da. Das kommt da und das kommt da. Machst du das richtig, ne? Ja, wird die Gänge auch Sinn ergehen, ne? Ja, das tut es hier auch nicht. Nur mal so nebenbei. Was? Hast du schon einmal? Ich bin dabei. Also, war ich das Zweite. Wenn ihr so guckt und guckt und guckt Ja, ihr müsst ja jetzt gucken, dass ihr es richtig macht. Das ist Kinder einfach. Das hatte ich schon ein paar Mal. Und macht zwei Schweißer. Ja, ich wollte ja sagen. Ja, ich will ja sagen, dass das nicht richtig ist. Weil der eine Grau sieht wieder anders grau aus, wie der andere. Aber ich vermute trotzdem, dass es der gleiche Grau ist. Das ist der Grau, ne? Ja, es sieht aber wieder heller aus. Ich weiß, es sieht heller aus. Was amüsieren Sie sich? Alles gut. Alles gut. So. Everything's alright. So. So, die kommen jetzt... Irgendwo da dran. Nicht irgendwo, sondern haben mit Sinn. Setzt du einfach hier rein. Nein, die kommen einmal hier und einmal rein. Prima. Das machen wir jetzt auch auf einer anderen Seite auch. Siehst du? Oh mein Gott. Ich spiele das jetzt. Jetzt brauchst du auch zwei. Nur mal eben bei einem. Ich baue erstmal den. Ja, ich mache schon. Ich mache schon. Punkt. Ausrufezeugen. Jetzt holen wir immer die Laubeeren aus. Jo, das stimmt. Ja, siehst du. Die lauen Bären. Das sagen meine Arbeitskollegen auch immer. Obwohl das nicht stimmt. Tja, muss ja was dran sein. Wenn das nicht nur meine Meinung ist. Stimmt aber nicht. Stimmt ja doch. Nur weil das mehrere sagen kann, das kann das nicht stimmen. weniger Teile und man sucht mehr. Wo ist das? Hä? Oh nein. Oh doch. Ich glaube, wir haben gerade die falschen Teile verbohnt. Warum? Oder? War das gerade da auch einer? Wenn und du. Ja, ich habe zumindest ein Pfeil des genommen. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht. Deswegen ist das auch ein anderes Grau. Also hier habe ich es richtig. Erkennst du welches Fageschatz? Ja, das hier. Das sieht weit aus. Das hier muss er jetzt sein. Das ist der flache Zweier. Habe ich nämlich hier auch. Dann habe ich hier aber auch Probleme gemacht. Nein, der ist richtig. Aber der sieht irgendwie komplett falsch aus. Ich finde die sind gut geworden. Ach Thorsten. Was denn? Was machst du alles nochmal? Wir brauchen das Ding gefühlt zweimal auf, kann das hin? Hä? Das ist spiegelverkehrt. Daran darfst du dich nicht richten. Nein, nein. Das geht auch um. Ich bin total irritiert. Das fehlt mir schon wieder ein Gitter. Ich bin total irritiert. Das machen wir mal wieder zurück. So. Hangen wir wieder vor. Hebel, hohe. Läuft. Läuft. Ah, da ist das Gitter. So. Ich bin fertig. Ich bin ganz hintereinander. Soll ich das nochmal machen? Das ist richtig. Das ist auch richtig. Ich bin ein bisschen nah dran, ne? Ein bisschen nah dran, ne? Ich muss komplett einmal auseinandernehmen, wieder aus dem Sonnenbaden. Ich bin ganz hintereinander. Ich bin ganz hintereinander. Bitte warten. Entschuldigung. Danke. Bitte. Was bliebe mir sonst übrig? Weiß ich nicht. Weg ran. Okay. Aber. Ist das so? was machst du denn da? Mist So, jetzt kommt das Das hast du noch nicht richtig gemacht Ja, weil doch Das ist richtig Okay, nur der Graue unten drunter Was ist alles? Nur Ja, aber Ja, fehlten Stein passt schon Ich lege dir das mal dahin Sehr nett, guck ich mal Wofür der Stab gut ist Der ist hier Der muss einmal rüber Über die Haken Dann lege ich dir den da auch hin Ich weiß nicht, welche Haken da sind Da, hier, die Haken Ach, oben, oder? Ja Das sind die Kannst du ruhig machen Ja, aber du brauchst doch noch Platz für das, was du jetzt baust Dann pack ich's da drauf Und bei mir kracht's dann zu Ja, da ist es dann Ja, mittig, ne? Ja, da ist es mittig So, da dachte ich mir das Oh nein Na, dann willst du es auch gleich selber machen Mittig, habe ich auch gemacht Mittig von was? Da ist keine Mille Ja, das ist ganz schön biegsam, ne? Ja Man kann den natürlich auch vergewaltigen Kann man So, reparieren So, wie gesagt, der ist mir ja mittig drauf Siehst du das? Setz ihn drauf, wie du meinst So Ich will das richtig machen Richtig, richtig Das ist ja auch dein Modell Dann soll es auch so aus Der war doch genauso drauf vorhin Mann, ey Echt? Ja Entschuldigung Er war vielleicht zwei Millimeter weiter rechts Aber ansonsten genauso Entschuldige bitte Also echt Ja, jetzt muss ich erstmal gucken, wo die gehen wollen Denk mal hier Passt Ein bisschen fragil hier und da, ne? Mhm Da So, und der kommt So rum Dann nehmen wir ihn Grau Aber Das ist schon Boden Weil er ist kein Boden Kann ich mir nicht vorstellen, dass es in der Luft spielt Merkwürdig Also bestimmt Ich muss es einfach so Ja, es ist sehr schnell zurück Dann mach ich ihm, hast du den? Zwei Ja Ach, lass mich doch hin Ich hab mir gefühlt zehnmal dasselbe hier Quark Gefühlt Ich wollte es dir nur schon mal bereitlegen Den brauchst du auch Ich darf es nicht Und den wirst du auch gleich brauchen Und den und den und den und den Das ist aus der Lämmen Wie hier? Genau Augen auf und beim Lego kaufen Es gibt ja auch Leute, die dann halt so Boxen haben und dann die einzeln verkaufen Das ist so So Garagenkäufer sind das so Wenn du Ja Wenn du sagst, ich verkaufe die Teile einzeln jeweils in Euro Machst du einen Schnapper damit Richtig einen Schnapper Ich weiß nicht, was Lego nimmt, wenn du sowas einzeln kannst Kommt immer auf den Teil an Wie aufwendig das produziert ist Und wie selten Da ist was drin, ja So Wo Das hier Hast du gehört Das ist der hier Der kommt hier Da gegenüber Also hatte ich schon richtig gemacht Aber da kommt ja nichts drunter Nö Sicher? Ja, es ist so wie es ist Zwei Zweier Dann hat er schräge nach Dann haben wir hier was vergessen Das sieht man da nicht Wenn wir das noch einmal zurückgeben, Leute Da Wie ist das hier? Das fehlt Diese Bank oder man? Ja Wo war die? Die hat sie auch noch Oha Dann muss es ja wohl dazwischen sein Doch, nee, das haben wir hier gebaut Ja, das weiß ich Aber die da fehlt halt, ne Ja, die haben wir da Ja, was ist das hier? Bei der Konsole Wir haben auch nicht noch mal so einen Flachen Um die Ecke Ja, da haben wir irgendwas falsch gemacht Ganz ehrlich Was meinst du? Was stimmt denn nicht? Ja, da muss ja was sein Damit man den draufstellen kann Logischerweise, ne? So, stellen wir doch einfach hin Und da wie Guck, das muss ja auf einer Höhe sein Ja Oder ich hab hier fast falsch Diese falsch Noch mal zurück, wo die denn rein sollen Das ist das, was du vorhin hattest Ja, wo ich halt nicht genau wusste, wo Oh, genau Aber die sind auch nicht auf einer Höhe Selbst wenn das ja direkt beide auf dem Boden Das sind unterschiedlich hoch Und dann kommt halt dieses Eilen Dann da drauf Siehst du, hier Da Damit es auf einer Höhe ist Nee, das geht auch nicht Vielleicht muss die Wand hier näher ran, weißt du? So Und dann das hier rüber Geht das in der Wand? Oh mein Ja, was soll ich machen? Geht mir Nein, das stimmt da nicht Das wird auf das Ja, ja Das, was ich dir gerade gegeben habe Werde auf das Regal gestellt Oh Hast du gehört? Das, was ich dir gerade gemacht habe Das wird hier drauf gesetzt Ja, aber dann wird das auch zu hoch Oder nicht Mach das einfach mal Das muss auf dieser Höhe dann sein Die Siehst du, das kommt irgendwie da hin Ja, aber das muss halt dann hier mit drauf Weißt du, sonst ist das nicht deine Höhe Genau Ja, deswegen war doch richtig, dass ich das abgemacht habe Ja, dann ist doch gut Das ist super Dann passt es doch Das ist halt nur das zu fließen Fließen Verliesen, da ließen Da musst du hier wirklich höllisch aufpassen Man nimmt es halt höllisch Ja, das war jetzt schon So So Jetzt sieht es auch cool Richtig aus Auf deiner Höhe Gut Dann kannst du ja den Deckel draus setzen Ja, genau Der kommt da hin Sollte passen, ne? Ja 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 Jetzt wird es dann spätestens aufgefallen Ja Und die anderen sind genauso hoch, siehst du? Mittig, ne? Ja, klar Ja Ja Da vorne Da vorne Da vorne Ja, das ist aber Ja, das ist aber Das kennen wir ja schon Das kennen wir ja schon Also da haben wir auch kein Problem Mit Routine Genau 25 Mal gemacht Das hat sich mal falsch gemacht Aber Nichts draus hingehen Nichts draus hingehen Ach, geil, geil Ja Ja Das hat Da Und Dreck frei Ja Ja Wir konzentrieren uns wirklich sehr auf unsere Sachen jetzt Ja, aber je mehr man uns konzentrieren ist, desto mehr fehlen aber Aber das lief am Anfang besser Ja Ja Also Schon spät Boah, so spät ist man auch nicht War schon mal später Ah What? Hier, hier Keine Ahnung, was du gemacht hast jetzt Ja, das hier Ja Dann mach Das hast du ja Ich bin bis hier hin gekommen Genau Das hast du mir kaputt gemacht Wieso kaputt? Ich hab zugearbeitet 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 Hat er kaputt gemacht So 5 1, 2, 3, 4, 5 Passt Mhm Hier ist er Oder was Da sind wir schon direkt da oben Oh, schon Ije, ije So Jetzt brauchst du wieder eine Menge Platen Ja, jetzt die Frage so rum Das siehst du doch hier dran So wie das hast du es richtig Ist ja gut, ist ja gut Ja, die 2, der eine Ja, 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 ja Ja, 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 ja Hier die bleiben Nee, die brauchst du nicht Da brauchst du nicht Siehst du? Komm, helfen Kann ich nicht Warum? Neee Ist die Frage auf der 2 oder nur einer? Das wirst du dann sehen Ich glaub so ist es richtig So ist es richtig, ne? Mhm Es sieht richtig aus Ich weiß nicht, wie der tausendmal Ja Gefurrt machen, wieder zusammenbauen Wieder Gefurrt machen, wieder zusammenbauen Nicht Nein Ich dachte du machst das so gern Ja Schöner Ja Ja Nee, doch Doch Ach so richtig Doch Äh, falsch aus Man ist schon so unsicher, ey Ah Ja Mal umdrehen Ist schon das nächste Zimmer, nichtste? Hm, genau Ein frei Vier mal Eins So, da brauchen wir diesmal nichts dran machen Zwei Noch nicht Hm Komm gleich Ist der Abstellraum, der ist leer Genau Aus und Weise Ist das Lager für ein Narbe Der ist auch vergleichbar Ja Da kommt wirklich nichts dran Doch, hier oben Die Dinger kommen da oben dran Der nächste hängende Raum Ja 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 Da ist noch eine graue Platte, oder? Ja, ist richtig Die kommt Und wo dahin Ja Ja Warum auch noch? Wie ist seine geliebte Herrliche? Ach, alles hat sein Sinn Drei Einer steht über, ne? Genau Einer steht über Auf der Seite Das ist bündig Ziemlich bündig Und dann kommt das da ein Wo noch frei Ist ja noch eine Ecke Okay Den Rest haben wir schon verbasen Ja So rum Mit den Äh, das schwarze kommt Ja, genau Das sieht direkt hier aus Ja, warum war ich das fest? Ganz oben, oder? Äh, nein Unten Ja, das wollte ich hier wissen Ist das so? Mhm Äh Nee, nee Das ist frei Ich möchte nur sagen Ja Warum baum auseinander Das ist kein Thema Haha Ist auch Ist schräg gemacht Alles noch vorne So mitten drin So ein scheiß Ding Falsch gesetzt Stell mal vor, ja Müsst du sie jetzt wieder Ja, aber alles Wer kommt ja gar nicht mehr bei Ja, deswegen aufpassen Aufpassen Doch das wäre so fies Das wäre jetzt richtig fies Geil Ähm Drei, vier 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 Aber die Räume abzuhängen Ist schon cool Irgendwie, ne? Also jetzt nicht oben drauf Sondern wirklich da runterhängen Die hängen ja da rein Die hängen da dran, ja Das ist schon Famos Sehr intelligent Und was das wird Bin mal gespannt ob da ein zweites Deck kommt oder auf der gleichen Dach kurz rüber kommt oder was auch immer Das könnte sein Das könnte sein, dass dann die einzelnen Flügel so dran kommen, ne? Mhm So acht Stück Dass man auch eben drin spielen kann, ne? Wäre ja nicht nur ein Modell sein Ja, das denke ich aber auch so, so sieht das auch fast aus Aber nichts genaues weiß man nicht Ne, das müssen wir uns erbauen Oh je Ich hoffe ihr habt nichts vor Genau Für die nächsten Monate Mal gucken mit welchem Set Lego das dann toppt Das ist jetzt nicht mehr zu toppen Ehrlich jetzt Hä? Wollen wir nicht Das sagt man nicht Woher? Soll ich weitermachen? Ja, das sehe ich leider nicht mehr Einmal So drehen Ah ja, deswegen Alles klar Ja Ich baue das hier Das Fenster Das sehe ich wenigstens Das sieht aus wie die Ladeklampe Also dass man da reingehen kann Nein Doch Die ist an der Seite Die ist jetzt da Jetzt ist sie da Doch Ich will das jetzt Ich will das jetzt so Punkt Können die alle mal Das ist die Ladeklampe Egal was Lego will, ich will das so Ich werde das immer so benutzen Ja Aber es kann auch sein, dass es die Außenverkleidung ist Bitte schön Jetzt setzt das ein bisschen her Ist doch Jaja, ne war nicht richtig fest War nicht richtig Umjodet Willen Halt dich an mir fest Doch, das geht Okay Wenn du das sagst So, rein damit Ich war nur irritiert Das ist das Geräusch Kann dir jetzt nicht viele Möglichkeiten geben Wo sind wir? Ähm Da ist Das kommt hier Warte mal Wo soll das hin? Wieso drehen die das ständig? Das finde ich irritiert Nein, das ist nicht Das soll hier Aber wie? Ähm Ja guck, da ist das Du siehst das? So? Ja, besser gehen wir immer auf ganz Nummer sicher Ja, in deinem Fall würde ich das jetzt aber auch machen So ist das schön Da in die Ecke Und dann doch das hier an die Ecke Aber wie? Hast du eine entsprechende Pinöpfel? Pinöpfel Pinöpfel Hier unten habe ich Pinöpfel Ja, das ist so rein Ajo, das brauchen wir bestimmt gleich nochmal Haha Die habe ich nämlich hier auch die Pinöpfel Nehmen wir das Schiff beiseite, dann fange ich schon mal an Hm Schnell einfach weg Ich pack das mal weg Eben mal im Karton rein Ich pack mal um Boah, sondern auch ein Pack weg Genau Ist klar Ist das Kunst oder kann eigentlich? Ist das Kunst oder kann eigentlich? So, jetzt sind wir ehrgeizig Zack, zack, zack geht das jetzt Ja, muss auch Sonst wird jetzt nix mehr Achso, baust du schon die Haken da? Ja, bitte? Ja Wie gesagt, ich war halt da ja auch vor Ich kann ja schon mal hier bauen Uh, jetzt will das wissen Jetzt werde ich's wissen Jetzt oder nie Jetzt bin ich gesättigt Jetzt geht das Ich bin fast davon überzeugt, dass du was falsch gemacht Ja, du hast was falsch gemacht Hm, nope Doch Ich brauche nämlich zwei davon Ja, genau Habe ich aber nicht Den brauche ich Ja, aber was ist mit mir? Nehm ich mir weg Das ist kein Thema Da hast du bestimmt verkehrt Aber da sind zwei Stück dran Hast du zwei Stück dran? Hier sind zwei Stück dran Hier sind zwei Stück dran Ich brauche nämlich auch zwei Ich habe aber erst einen Skandal Bei dir kommen zwei kleine Hast du zwei kleine dran? Ja Nee, bei dir kommen nur die kleinen an Siehst du da? Nein Ach doch, hier die zwei, ne? Genau Hm, hm, hm Ah, da packt uns Leergeiz und alles nimmt uns wieder weg Zwei kleine und zwei lange habe ich hier Zwei kleine und zwei lange, ne? Ja, da habe ich genauso Ja, da habe ich genauso Die Platte ist halt heute Die muss eigentlich Ja, was auch noch sein Nein Nein Kann ich mir nicht vorstellen Aber wir haben die Platte noch gar nicht verbaut Die haben uns das erste Mal in der Hand, oder nicht? Stimmt, ja Aber wie gesagt Zwei, zwei, eins, zwei, eins, zwei Ach ja, was ist das? Also die Platte ist ja übrig Das kann ja nicht sein Das kann ja nicht sein Legt mal eine falsche Platte rein hier nicht Kann ja auch nicht sein Pein, das kommt jetzt nochmal Das kommt nochmal Also es gibt noch eine Tüte vier Dann fehlt ein Tütchen Soweit sind wir gewammelt Nummer vier Ach, klar Tja, Lego Warte dir Und hier ist das eine Wir müssen halt Entschuldigung, das habe ich mal Gemessen halt Da haben wir noch mal einen Tipp übersehen, dass hier ein guter Punkt ist. 2 von mir, die 6 Goldkehre, 9 von mir. Ich habe ja noch einen Karton, aber den haben wir schon halb leer gemacht. Aber ich gucke noch mal rein. 19, 15, 15, 14, 14. Nicht? 10, 15, 15, 15, 16. Wie ist es? Wie ist es? Ich habe eine gute Möglichkeit. also ein bisschen das fehlt aber nur die eine platte wo ist das pass nur die eine platte irgendwie ja eine platte fehlt das ist jetzt verspaltest halber die rein so lange du kommst der zeit wieder dran die kommst der jederzeit dran oder nicht doch kommst du dran das bleibt ja alles außen ja weil kann nehmen nur so lange bis das auffällt weißt du was ich meine diese platten haben wir noch das finde ich irritierend irgendwo haben wir den pferd das sind alles die türchen das war der tisch das war die bank das ist der raum welcher raum ist das denn wir gemacht haben das ist die einzige platte die grünen wir sind noch passen das ist aber auch genau so ich wüsste auch sonst nicht wo es hin sollte aber du kommst ja da und das bleibt dir offen das bleibt offen aber es sieht halt nicht von optikstellen aus nein aber dann machst du halt das was du immer machst hinschreiben hallo nego hallo nego er hat dir falsches teil geschickt schade bei so viel geld erwartet man bei qualität ja die qualität stimmt schon nur die mengen nicht quantität und quantität schade schade vielleicht taucht es ja noch auf vielleicht brauchen wir ja noch mal sowas und da ist dann der richtige ne ja genau ja man weiß ja nicht möglich ist alles ja durch die maschine kann ja auch immer Fehler passieren das weiß ich ja also auch mal wiegen die dasselbe oder so ja genau wiegt der dasselbe ist ja logisch und dann hat er mal was falsches ausgespuckt das wäre alles möglich keine Kontrolle sieht halt jetzt nur merkwürdig aus wenn ich das foto mache ähm was ist an der anderen seite warte mal das irgendwas das die platten müssen wir noch mittig auch tobias ja erst nimmst du die falschen platten dann setzt du sie auf ich darfst einfach mal angeschaut ja ich habe angeschaut mhm punkt außen das ist beim le check mich aber gefallen ja genau und das finde ich halt auch merkwürdig so ein schwarz aus stein übrig ist ja ich habe den überhaupt mal gebraucht ja gucken wir gleich offline wie immer gucken wir gleich offline guck du mir schon mal du musst dich jetzt erst mal empfummeln das kommt jetzt auf der anderen seite wie du gesagt hast mhm hier vorne ja 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 konsum machen wir gleich offline wie gesagt das war tüte nummer vier kollegen das ist die einzige ecke wo es war ja ich suche mal raus dass wir uns vernünftig verabschieden können wie gesagt das gucken wir gleich offline gucken wir gleich offline gucken wir gleich offline ich gucke auch nochmal wegen der platte offline das nervt mich hier hast du aber auch was anderes ne oder musst du das so weil hier hast du den drauf und hier hast du den woanders drauf ja dann habe ich den falsch drauf den musst du nicht vorne obwohl es gut gesagt haben optik optik so gut ok machen wir mit tüte 5 weiter hier stehen vorne die verblendung wenn wir noch fehler finden werden wir es euch mitteilen genau wie immer in dem sinne in dem sinne tschau